in dem bereich stimmt was nicht ja du auch ja 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 So, wie bei einem da sieht. Das ist dann immer so, wenn man dann versteckt ist, dann entdeckten sie einen. Oh ja. Ah, ähm, das hier, okay. Die Waffe ist so krass. Also du musst eigentlich so immer auf die Mitte vom Körper zielen, damit du den Kopf erwischst. Ja. Dafür habe ich nicht genug Platz. Oh, naja. Ich wiederhole mich nicht. Ich wiederhole mich nicht. Verdammt, ich wiederhole mich. Er steht vor dir. Oh scheiße, ich habe nicht gecheckt, dass du ihn nicht siehst. Da habe ich was gesagt. Ja. Ja, ja. Ja, ja. Kannst du einfach... ...wennst du wieder der Scheiße-Helker? Ah. Das war echt witzig gerade. Was war das denn? Ich glaube, sie wollte die Macht. Das erinnert mich ein bisschen an die anderen Teile. Was? Arena oder so? Arena-Matsch? Ich hasse Arena. Wir holen sie uns. Oh, warte, die stehen da oben, dann kannst du bestimmt nicht feilen. Oh, da komm ich. Was? 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 Sie hat mich festgemagelt! Sie hat mich festgemagelt! Was ist denn da drin? Wer hat sich dieses Spielprinzip ausgetaucht? In Arena? Ja. Also in so Spielen. Letzter Schuss aufzugeben, ja. Ich will die Namen. Was? 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 Was war das denn? Was war das denn? Sie hat mir das zu kungen. Ich liebe Jonah. Ja, ich kann da bestimmt nicht. Aber sie kann doch alles. Nicht durch all verwendet. Ich würde sagen... Schrollflinte it is. Lara kann alles, was sie durchgeführt hat. Achso. Wie geht der Einschuss? Was? Wie? Gebt mir die Schatulle. Was? Jonah! Was? Ist ja noch Spaß. Nö. Alles in Ordnung? Ich fahrt gerade da. Gut. Hier geht's gut. Alles bestens. Jonah! Hä? Wo kommst du her? Oh Gott! Bereit? Oh ja. Alles klar. Wir sind okay. Was zum Teufel sollte das? Ja. Wie, was? Was? Oh. Die kommen nicht weit. Geh. Los, wir schaffen das. Das war blöd. Herr Jonas, das siehst du, oder? Was ist das mit der Pank? What? Scheiße. Ich glaube, wir müssen gleich sein. Ist sie gerade schneller als eine Erdlabe? Ich glaube, dass ihr fliebt hinter ihr. Bo, 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 bo. Zu schade. Zu knapp. Okay. Au. Alter, wie gerade einfach alle, die einen Weg kommen, sterben. Wer ist? Wir haben alles Beste! Alter. Schau, das hört man wieder. Ich weiß nicht wohin, aber... Nein, Haken! Oh nein, nicht da springen. Warte eigentlich, ähm... ... beim Haken springen. Bin ich doch. Oder? Oh Gott, hat immer noch nicht alles... Naja, wohl. Ah, danke. Zentralringier Cardinal 1. Alle Systeme in Betrieb sind auf Kurs Richtung 327. Ah! Noch eine Chance! Oh, das ist jetzt gut. Das ist wirklich gut. Und auf der Ruhe. Oh Mann! Ich meine, sie hat doch keine Ruhe gefunden. Dammit! Also in diesem Spiel stehen sehr viele. Mhm, sehr viele Unschuldige. Ja. Oh nein. Wir fahren mit deinem Boot. Oh. Und rate, was... Mal was drin ist. Wie haben die sich jetzt wieder gefunden? Ach, frag gar nicht mehr. Wie weit ist es noch? Bis bei Titi. Wir sind fast da. Wir sind ziemlich fertig. Du kannst nichts dafür. Es... Es war Dominguez und... Trinity. Schon mein Leben lang, seit ich denken kann, war immer Trinity irgendwie beteiligt. True. Hm. Ich könnte eine Familie haben. Alles hätte anders werden können. Wir werden uns die Schatulle holen und dann schnappen wir uns Dominguez. Zeh. saf. forty怕 One. Naja, whatever. Hi, wir sind da und Dominguez hat die Schatulle. Ach ja, und wir haben doch alles zerstört. während wir dauern ich versuche Uchu zu helfen wenn du es brauchst, sagt Bescheid ok alles auf Anfang, oh nö so, wir fangen für vorne an wir haben es halt nicht geschafft, ne? ja genau, Pech so, hier fangen wir ja lang nicht mehr Fähigkeitspunkte, erst mal ins Lager vorher, ne? ja, da die beiden so unfassbar, wie erwachsen Ätzli in der kurzen Zeit geworden ist sieben Fähigkeitspunkte? wow wir brauchen nichts gifter wieper giftgranate her, twittert die Fahlion benebelt das Sichtfeld ja, dann kostet ihr nur drei das ist aber geil, wenn alles benebelt ist, können die anderen nichts ach krass, das ist äh, also, giftgranate bei dem nice oh yeah das da? das hab ich schon ach ja was ist das? hält länger wir brauchen einen Käfer oh ja können wir können wir vielleicht einfach ein Handfeuerer finden? wie macht halt er nicht so viel Schaden wie kannst du zielen? ja ja das ist schon krass pfff, das ist schon krass mhm 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 ooooh 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 ich bin wieder ich muss ans Bein ich glaube viel viel bekommen wir nicht mehr äh mhm toll ne ich ich glaube wir ähm präzision mhm wir werden nicht fertig glaub ich glaubst du die Starry ist nur zehn Stunden lang circa und wir brauchen tausend geklacht länger weil wir die Rätsel gemacht haben aber ne ich glaube das ist doch das Finale ja kann ja sein das ist sicher ok es muss das Finale sein ich meine er hat die Schatulle und er hat ja jetzt alles so macht ja daher müssen wir ihn ja jetzt aufhalten ja schon mal auf ihm einfach so machen jo ach diese lass mal das erzählen worauf geht's wir sind fertig ich hab keine Ahnung der ist so getan das meinte ich mir du guckst zu schnell wie kommt ihr mit dem Plan voran Ätzli es gibt verschiedene Optionen Utsu Kukulcans Armee folgt im Sackbeet zur großen Steinbrücke auf dem Weg zur Pyramide wenn wir direkt von vorne kommen könnten wir sie am besten abfangen aber das Risiko ist groß dass sie uns überrennen ich bin unsterblich mhm aber unser Timing müsste perfekt sein sonst gehen sie uns durch die Lappen geht nicht vielleicht beides wenn wir von vorn angreifen gehe ich außen entlang und als Scharfschützin in Position hast du einen Snapper? dann kriegen wir sie dran keine Option ist risikofrei aber ich finde das ist die Beste gut aber alle anderen sterben da ja ok was ist denn? ähm das ist Absicht achso weil jetzt das Finale kommt dann, 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 dann dann, dann, dann wie ich noch die amerikanische Flagge im Hintergrund hier trennen wir uns du musst dort hinfahren ist die Amerikanerin oder Engländer? Lara? Croft ist Englisch ich möchte dir das hier geben es bringt Glück ich denke Engländer Erzähl das kann ich nicht annehmen nach diesem Tag ist die Sonnpenslanz nicht mehr unser Zeichen denn wir behalten die Sonne und du entfernst den Schaden ach so süß ach so süß ach so es ist völlig bevordernd pass auf dich auf John knuddeln du auch kleiner Vogel Awww könnt ihr euch einmal wahrscheinlich können sie es nicht einfach zu sch... also zu viel Geld kostet das zu einem äh es ist wirklich so wenn zwei Personen interagieren das ist total schwer zu einem okay und die machen es ja nicht mit Flatsch blub ich will nochmal zurück ich will nicht Esli überließ mir die Hälfte von Unuratos Sonnenfinsternis Amulett ich bekam den Mond er behielt die Sonne das heißt wohl er geht davon aus dass wir die Dunkelheit über Paititi beseitigen werden ich untersuchen ich untersuche wow weiter weiter da ist eine große Bürde ich hoffe ich werde dem gerecht ja jetzt wo ich es so scherig sehe kann ich es viel besser sagen schare und auf geht's bist du bereit für das Finale? ich nicht tschüss tschau du bist voll da bist du dagegen nö 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 Kannst du vielleicht nicht ins Feuer gehen? ja, na ne das wäre vielleicht eine Idee, oder? ja ich habe die falsche Tasse gedrückt Warum bricht jetzt eigentlich alles zusammen? So, jetzt wo du kommst, will ich nicht mehr. Oh Gott, ich bin nicht bereit. Ach, wir sind hier wieder. Bei den Zombies. Ja, stimmt. Unglaublich. Jonah, ich habe es geschafft. Ich sehe die Brücke. Scheiße. Sie haben die Brücke gesprengt. Wir finden einen anderen Weg. Okay, siehst du den roten Rauch? Ja. Ich werde es überprüfen. Unurato hat gesagt, das Purpurfeuer sei ihr Schicksal. Oh, ich höre sie schon. Du bist vorbei. Du bist vorbei. Kommander, hier ist Cardinal Two. Brücke ist ausgeschaltet. Team Leader mit den Fahrzeugen koaliert. Cardinal Two, sie sind in den Augen. Verstanden. Nicht zu wissen, die Strukturlücke ist ein potenzieller feindlicher Vektor. Einfach weiter. Das ist eigentlich gut, dass Trinity auch immer gegen die Zunge kämpft. Mehr Helikopter. Richte Todeszonen ein und haltet den Feind vom Tempel fern. Warte. Sehr gut. Danke. Ich weiß nicht, was... Ich weiß nicht, was ich davon halten soll. Warte, warte, was ist das für mich? Ja, auf den Ast. Geht das? Na ja, aber du stoppst halt die ganze Zeit. Die... die stoppt automatisch. Hm. 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 Aber wenn ich dann... Da... Dann... Da... Nein. Haha. Der Axiel. Trinity macht Jagd auf sie. Richtet Todeszonen ein und haltet den Feind vom Tempel fern. Vielleicht musst du weiter nicht da gucken, weil... Wer ist sie jetzt in der anderen Seite? Los. Sie greifen von allen Seiten an. Jede Strukturlücke ist ein Potenziell. Nein. Ich verstehe das nicht. Einfach weitermachen bis ich... Haha. Hä? Aber stoppt die wirklich? Also wenn du durch rennst und dann... Unter. Ja, Axiel. Trinity macht Jagd auf sie. Warte. 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 Ja. 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 Ja, aber... Hat sie ja... Aber... Du hast vorhin gesagt, sie stoppt automatisch. Und dann durch rennst und dann abspringt. Ja, bevor... Ja. Bevor den... Ja. Wenn ich da... Ja, aber... Das reicht ja trotzdem. Richtet Todeszonen ein und haltet den Feind vom Tempel fern. Ich hab dem... Ja. Aber der... Ne... Ich... Ich... Es ist ja... Ich... Das spiel... war gerade... Interesse. Ich hab'... Ich hab' ihn denn den Haken geworfen. und ganz doll schaukeln Nein, ich will, dass du da drüben landest, damit der Effekt cooler ist. Okay, Spiel. Übersetzung? Da ist sie. Zeig ihr das Mondscheiß. Wenn das Popo feuer qualmt, suche deine Spiegel. War das Honoratus Schicksal? Hä? Ja verdächtig. Du bist nicht die Richtige. Ihr seid das Purpurfeuer. Ich denke, dass wir zusammenarbeiten sollten. Zeig ihr doch dieses dumme Moment schlagen, den es kommt. Was? Kriegen wir auch eine Übersetzung? Was? Was machen wir hier? Oh, hören die Viecher jetzt auf uns? Hm? Krass der Stimme! Und die armen Stimmbänder. Hier landen! Noch ein Stück! Noch ein Stück! Ah, wie geil. Jetzt tun wir nichts. Königin der Verdammten. Ah, die sehen ein bisschen aus wie eine Mischung zwischen Skyrim, Hexenraben und Vollmer. Ja. Eine Mischung, oder? Ich würde sie eigentlich echt nicht sehen. Na gut. Was soll ich zeigen? Ixl. Also Ixl. Ja, Tanzparty, cool! Also das sind die verdammt. Ja, das sehen auch verdammt scheiße aus. Sorry. Die Orks sind auch dabei. Boah, ist das Widerlich, ey. Boah, ist das Widerlich, ey. Boah, ist das Widerlich, ey. Aber ich fand es mal cool, dass wir es nicht von denen eingekreffen haben. Ja. Ich bin erschrocken. Ich bin erschrocken. Ich hoffe, du weißt, was du tust. Ich auch. Commander, siehst Kontakt zu Croft. Siehst bei den Jags hier. Siehst was? Lasst euch nicht ablenken! Schaltet sie aus! Ich bin auch weg. Ich bin auch weg. Wir sind überall. Wir brauchen Verstärkung. Jetzt! Schicke Verstärkung zurück. Scheiße, Scheiße! Das ist wohl der Seifer-Team. Was ist das? Was? Das ist mich verarschend. Der gesamte Oberrad ist hier, um unser Team persönlich zu begleiten. Wir werden die Stellung um jeden Preis halten. Von Chirpity? Was ist das? Ey, lass uns ein Freund gehen. Oh! Wieso kann ich das nicht? Der ist ja immer schuld, wenn er so nah dran fliegt. Der kann auch mal weiter weg. Was ist das? Wieso ist der einfach irgendwie gestorben? Was ist das denn? Wir sind fast da. Wo ist Dominguez? Er ist im Tempel. Wir sind nah dran. Ich hab Freunde gedauert. Ich hab Freunde gedauert. Oh, dammit. Und was jetzt? Wie gehören zu dir? Das Ritual muss von mir abgeschlossen werden. Sie haben falsch gewählt. Völlig falsch. Nein. Es war schon immer ihr Recht. Her mit der Schatulle. Nein. Nein. Jemals. Ich muss mein Titi beschützen. Wir alle erschaffen unser Schicksal. Nicht nur du, sondern wir alle als Einheit. Bitte. Ich würde da jetzt die Sonne schauen. Eigensinnig bis zum Ende. Ihr Commander Rourke. Alle verbleibenden Einheiten halten. Zieht es durch der Tour. Alle Einheiten unter denen. Meine Herren, lasst den Preis nicht durch. Um jeden Preis aufhalten. Das Ritual ist fast abgeschlossen. Wie ist das denn für den anderen Teil? Hier spricht Rourke. Das Ritual ist fast abgeschlossen. Werdet ihr alle gerettet. Und wer alles gibt, wird auch belohnt. Dominguez, dieser sentimentale Akademiker ist weg. Und meistens beherrscht will ich dir alles. Wo? Wo? Glaubst du? Ich komme nicht durch. Das ist eine Todeskarte. Ich muss sie abschauen. Wo? Abschauen? Oder ist ein Please? Ich bin ein wenig. Ich bin ein wenig. Ich bin ein wenig. Hahaha. Hahaha. Oh Gott. Das war schön. Das war halt nicht. Sie müssen weg. Ich bin ein wenig. Das war nicht nur, den wir drinnen. Bei uns. Ich glaube, ich sehe nichts. Ich glaube, ich sehe nichts. Das war nicht. Los, los. Hachst du drin? Okay. Achso. 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 Ja, das kommt immer neu aus. Ja? Hm? Es geht wahrscheinlich. Ich hoffe, dass ich da hochkriege. Ähm, ich würde euch hier kennen. Tschüss, ich war einfach alleine auf dem Bock. Ja. Da, erledigt sie! Los jetzt! Keine Schande aufzugehen! Hm? Kesselt sie ein! Los, los! 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 Okay, erinnere sich doch. Und aus! L-A-D-C! Was ist das? L-A-D-C! 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 Er... Ja... Wer ist das? Was ist das? Ich bin nicht darauf schießt. Oh, hier warten wir noch kurz auf die ... Ja ... Ja ... Das war jetzt auch wieder so typisch, wie können wir hier raus? Hat sie nicht gesagt, ich muss nach dem Weg sein? Habe ich auch verstanden. Party! Also ich glaube, ich habe da eine hingeschossen. Jogger, Rogue ist tot. Oh, ich folge Dominguez, um das Ritual zu stoppen. Wir halten die Kamera so lange wie möglich auf.